Was an Videos großartig ist. Videos können dich vertreten, wenn du mit etwas anderem beschäftigt bist. Wenn du gerade Projektmanagement machst, aber auf deiner Webseite schaut sich jemand um und will dich kennenlernen, will etwas von dir kennenlernen, dann ist es eine Möglichkeit, dass du repräsentiert wirst, obwohl du da gar nicht bist. Natürlich ist ein Live-Treffen oder ein Zoom, wo live die Bewegung stattfindet, noch um einiges wertvoller. Aber das gibt einen Hebel, gerade wenn wir als Solo-Selbstständige unterwegs sind oder in kleinen Teams und nicht unendlich viele Mitarbeiter haben, dann ist es extrem wertvoll, so eine Art virtuellen Mitarbeiter mit ins Rennen bringen zu können. Was ist das Interessante? Man setzt ihn um, man kommt das nächste Mal zurück, kriegt wieder einen coolen Tipp, setzt ihn um. Wenn ich zu dem gehe, ich kriege immer was Gutes geliefert. Menschliche Psyche funktioniert so, diese Interaktionen, die da da sind und die sich häufen, führen zu Vertrauen. Vertrauen führt zu einem guten Gefühl und Fakt ist, ein Verkauf kann nur bei einem guten Gefühl stattfinden. Weil ein Verkauf ist immer eine Entscheidung. Es gibt total verrückte Untersuchungen von Neurobiologen, die festgestellt haben, wenn einzelne Hirnareale, die für Gefühle zuständig sind, ausgeschaltet sind und dieser Bereich nicht mehr sauber funktioniert, können wir keine Entscheidung mehr treffen. Dementsprechend können wir auch keine Kaufentscheidung treffen. Das basiert alles auf den Gefühlen. Das heißt, gemeinsame Zeit, Vertrauen, besseres Gefühl, mehr Verkäufe. Das heißt, wer wird der Fakt ist.